Papa ist mein bester Freund. Mit ihm kann ich schon richtig fliegen. Und wenn ich mich mal schmutzig mache, ist das gar kein Problem. Mein Papa ist nämlich Bademeister und dazu ist er noch der beste Friseur. In den Pausen wird mein Papa zum Chefkoch und ist durch nichts aus der Ruhe zu kriegen. Am Abend, wenn ich ganz müde bin, bringt er mich ins Bett. Mein Papa ist einfach der Größte.